Musik Von Starnberg aus kommend auf der Andechser Straße fahren Sie an der einzigen Kreuzung in Pärchting links, dann nur noch um die Kirche rum und schon sind Sie da. Einmal eingetreten, finden Sie hier auf 1000 Quadratmeter verteilt eine wunderbare Auswahl an Landhausmöbeln und Accessoires. Musik Spezialisiert ist unser Team auf moderne Landhausmöbel und passende Unikate aus Übersee. Musik Neben der Vielfalt an Möbeln stellt sich nun die Frage der Farbgebung. So können die Kommoden, Tische und Schränke einfarbig schwarz, weiß oder andersfarbig gestrichen sein. Auch zweifarbig und im Chevy-Look. Musik Auch die zahlreichen Polstermöbel sind erhältlich in vielen Ausführungen. Eine gute Beratung kann dabei durchaus hilfreich sein. Das gilt auch für die Auswahl eines geeigneten Tisches. Preiswert aus Fichte, farbig abgestimmt auf Ihre individuellen Gegebenheiten oder robust und aus harten Hölzern oder in schlichter Schönheit aus edler Kirsche oder Nussbaum. Wenn das Angebot der Größen und Varianten nicht ausreicht, erhalten Sie auch gern von uns ein Angebot eines maßgeschneiderten Tisches. Alle Informationen zu unseren Wohnideen finden Sie natürlich hier vor Ort und unter www.viktorshome.com Also nicht vergessen an der Kreuzung links, einmal um die Kirche rum und schon sind Sie da. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020